Wenn du eine Deckenlampe mit drei oder vier Glühbirnen nutzt, möchtest du natürlich nicht jedes Mal jede einzelne Birne einzeln steuern. Mit der Home-App kannst du die Glühbirnen ganz einfach gruppieren und zusammen bedienen. In diesem Video zeige ich dir, wie es geht. Viel Spaß! So, lass uns mal direkt loslegen, öffne du schon mal die Home-App von Apple und dann legen wir direkt los. Wenn du die App offen hast, dann können wir direkt loslegen. Ich habe hier im Raum eine Deckenlampe mit vier Spots. Die Birne habe ich als Deckenlampe zusammengefasst, damit ich alle Glühbirnen zusammen ein- und ausschalten oder auch die Lichtfarbe verändern kann. Ich zeige dir mal eben, wie das dann aussieht. Dafür halten wir mal auf der Deckenlampe gedrückt und wählen Details zum Gerät aus. Tippe dann noch mal unten rechts auf das Zahnrad. Hier siehst du schon, dass unter Geräte eine 4 steht. Das bedeutet, dass die Deckenlampe aus vier einzelnen Geräten besteht, die gruppiert sind. Wenn wir da mal rauf tippen, dann sehen wir auch die einzelnen Glühbirnen. Wenn wir oben rechts auf Bearbeiten tippen, dann können wir festlegen, welche Geräte gruppiert werden sollen. Ich könnte jetzt hier noch ein anderes Gerät antippen oder eben eine Glühbirne aus der Gruppe entfernen. Mit Fertig oben rechts wird dann alles gespeichert. Gehen wir jetzt noch mal raus und tippen dann zum Beispiel auf den Wandstrahler und wählen dort auch Details zum Gerät aus. Unter dem Zahnrad kommen wir wieder in die Einstellung. So wird es ja bei dir aussehen, wenn du deine Glühbirnen noch nicht gruppiert hast. Du kannst in der Gruppe auf mit anderen Geräten gruppieren tippen. Das sind wir dann wieder in der Übersicht, die wir ja eben schon hatten. Hier siehst du dann aber die Glühbirnen der Deckenlampe nicht, weil die ja bei mir jetzt schon gruppiert sind. Wir könnten jetzt aber zum Beispiel den Wandstrahler mit anderen Glühbirnen hinter mir gruppieren. Will ich jetzt zwar nicht, aber so würde es dann gehen. Du kannst dann auch noch einen Namen vergeben, so wie bei der einzelnen Birne. So, das soll es aber auch mit dem heutigen Quick-Tip gewesen sein. Ich hoffe, dass die Bedienung dadurch auch bei dir einfacher wird. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann ab damit in die Kommentare. Ansonsten soll das für dieses Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen hoch da und abonnier den Kanal, um mit deinem eigenen Smart Home so richtig losleben zu können. Ich sage wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.